Hallo zusammen, willkommen zurück zu meinem Kanal. Mein Name ist Christina und heute ist mein Geburtstag. Noch mal, für dieses Jahr habe ich nicht wirklich viel gemacht, also ich habe wirklich nichts gemacht. Ich war zu Hause, ich habe zusammen mit meinen Eltern gefeiert, heute ist auch ihr Hochzeit-Tag und es ist jetzt zwölf Jahre. Die sind zwölf Jahre zusammen geheiratet. Für dieses Jahr wünsche ich euch alles Gute, gute Rutsch, gute Gesundheit. Das ist sehr wichtig und alles Bestes für das neue Jahr und alle wichtigen Möglichkeiten, was sie sehen oder was sie nehmen kann, nimm es. Du weißt nicht was, also man weiß nicht was passieren kann und vielleicht wirst du zufrieden damit oder du wirst Erfahrungen sammeln. aber nimm alle Möglichkeiten, bitte, dieses Jahr ist dein Jahr. Aber ja, jetzt bin ich beim Essen und ich hoffe, dass ihr dieses Video geniessen habt. Genießt. 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 Oh mein Gott. Okay. Bye. Oha. Hübsi. Oha. Hübsi. Oha. Hübsi. Oha. Hast du das? Du hast auch bestellt. Ja, du hast super. Ja komm, wir essen das. Wir essen das. Alles was ich auch gesagt habe. Ja, wir essen das. Ja, wir essen das. Ja, wir essen. Ja, wir essen. Ja, wir essen. Ja. Ja, wir essen. Also zum ersten habe ich Misosuppe mit Tofu bestellt und was ist das? Spring Roll, oder? Frühlings Roll. Frühlings Roll. Frühlings Roll. Brich Noah be Weekend. flourish in andex-Pattachurnal зас diagnosed in Rio bless. Musik 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 Also wie ich gesagt habe, heute ist es sehr chillig, ich habe wirklich nichts extra gemacht, nur Essen arbeiten und jetzt gehe ich zurück nach Hause um Essen zu essen, aber ja, das ist es für heute Abend, ich hoffe, dass ihr es liebt, so kurz wie es ist, tschüss. So, ich möchte euch euch ein Happy New Year, erst und vor allem. A lot of good health, prosperity this year, um, any opportunities that you get, good opportunities, anything other than that is, um, erfadung. Is that what does? Experience. Experience, right. Anything other than opportunities that are good is experience. Never take it as something negative this year, 2024. Um, I wish you guys everything that is good and plentiful and happiness and above all else, good health. Um, anything else you want to say? A lot of blessings. Okay, so I'm gonna blow up my cake and make my wish. That was a long wish. Bye. 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 нормально leaks and happy new year again, bye mayo what did I wanna see? Hallo Sasamana. Das ist ein Mami. Das ist ein Papi.